So und damit herzlich willkommen bei The Universum. Wir spielen mittlerweile den Patch Sky High. Der hat mich ein wenig überrascht, denn dummerweise habe ich noch so um die 15 Folgen von dem vorhergehenden Patch aufgenommen. Deshalb Pitchfork Patch läuft weiter 16 Uhr und ich denke, dass ich jetzt die Playlist zur Sky High täglich 19 Uhr eine Folge rausbringe. Also wundert euch nicht, dass zwei verschiedene Patches da aktuell bei mir laufen. Ja, ich habe auch schon ein bisschen angefangen, denn diesmal wollte ich ein bisschen Zeit sparen. Daher haben wir jetzt schon ein wenig Forschung betrieben. Ich bin jetzt drauf und dran. Jagen habe ich gerade erforscht. Landwirtschaft kommt gleich und ja, die anderen Sachen dann wohl auch. Gehen wir mal schon noch Wachtürme. Bisschen schneller laufen. Ich habe auch diesmal ein paar Nuggets gleich geopfert. Deshalb sind wir hier echt sehr negativ eingestellt. Und ich muss jetzt erstmal ein paar Leute sortieren, wo überhaupt freie Stellen sind. Beziehungsweise hier hinten hatte ich gesehen. Wobei, komm, wir lassen mal laufen. Hmm, zack. Erstmal alles. Was haben wir denn hier? Hmm, haben wir jemanden, der fleißig ist? Wobei einer, der schnell laufen kann, ist gut. Wirtshaus. Da nehmen wir natürlich einen Knabberer rein. So und kurz Pause machen. Rathaus. Das deaktivieren wir erstmal. Wir hatten Jagen erforscht. Deshalb können wir jetzt mal ein paar Jagdhütten platzieren. Machen wir mal eine Jagdhütte hier so in die Nähe. Hmm, dann machen wir noch eine Jagdhütte hier oben hin. Und vielleicht eine in diese Richtung. So, in der Wüste. Keine Ahnung, ob es da viel zu jagen gibt. Ähm, apropos. Dadurch, dass ich so viele Leute geopfert habe, habe ich auch jede Menge Schöpferpunkte. Jetzt versuchen wir die erstmal irgendwie wieder ein bisschen glücklich zu machen. Hm, da muss ich mal kurz schauen. Okay, 160 hast du Leben. Das ist ja unnormal. Gut, also gesund scheinen die Leute zu sein. Hier fehlt... Nein? Achso, das ist das Rathaus. Ähm, was wollte ich noch genau? Leute verkuppeln. Da... Du bekommst... Auch einen Mann. Du bekommst eine Frau. So, noch irgendwelche Leute, die verheiratet werden wollen. Oh Gott, jawohl. Ihr zwei, ihr arbeitet eh nebeneinander. So, pink und blau. Pink und blau. So, damit wurden ein paar neue Familien gegründet. Reservoir ist fertig. Ich versuche mich weiter beliebt zu machen, deshalb sehe ich zu, ein paar Steine ran zu schaffen hier. Na? Geht doch... Noch ein Stein. Noch einer. Und noch ein großer. So. So, wo kann ich die Leute noch beeindrucken? Hier läuft's. Okay, dann holen wir halt hier Steine. Schwupps. Komm und weiter geht's. Oh Gott. Die Jagdhütten brauchen echt viele Steine. Landwirtschaft erforscht jawohl. Das hat aber, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Ach, bald sind keine Steine mehr da. Da müssen wir aufpassen. So. Fertig. Und hier hinten hatten wir, brauchen wir auch Steine. Na gut, los. Noch haben wir jede Menge Punkte. Jagdhütte. Jagdhütte. Fertig gestellt. Gucken wir mal. Zack. Zack. Tierart wählen mittelgroße Tiere. Ähm. Dann nehmen wir Leute, die keine Spezialisierung haben. Ja. Nächste Jagdhütte. Dann muss ich langsam aufpassen, dass ich nicht schon zu viele Leute einteile. Komm. Zweite Seite. Ja. So. Wasser sollte genug da sein. Lagerhalle haben wir hier. Da können wir jetzt mal einen Bauernhof, ähm, in die Nähe bringen. Machen wir hier mal. Ja, eine Farm. So. Und wir wollen natürlich mehr farmen. Machen wir noch eine hier. Hier können wir auch noch eine bauen. Oder zumindest einen Auftrag geben. Grasland. So. Äh. Jetzt muss ich kurz schauen. Ingenieurshütte. 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 Okay. Da könnten wir hier noch eine Farm bauen. Wobei. Wir lassen erstmal drei farmen. Das ist ganz okay. Okay. Mh. Mh. Ein Hauch von Licht. Moment. Da müssten wir doch jetzt schon die, ähm, Wachtürme haben. Machen wir mal ein Wachturm hier hin. Einen. Hier hin. Oh, da hat sich jemand verletzt. Seite 1. Schnell. Ein wenig Heilung. Ist das ein Jäger? Ach komm jetzt. So. Geht doch. Zurück. Betty ist gestorben. Die Herrscherin. Schnellung des Motorplaneten. Äh. Ja. Wir machen jetzt hier ein Wachturm hin. Ich glaube da werde ich jetzt noch ein paar Brunnen platzieren. Ich finde Brunnen sind somit das wichtigste was es gibt. Ingenieur passt. Wo war hier der Ingenieur? Das war der Wachturm. Schwupps. Nein, nicht der Wachturm. Wir wollten jetzt einen Brunnen in die Nähe bauen. Dann haben wir ein Lager hier in der Nähe. Sieht nicht so aus. Dann machen wir auch mal noch ein Lagerhaus hin. So. Nahrung haben wir. Holz und Steine fehlen. Oh Gott. Die nächste Wahl steht an. Ähm. Verhütungsverbot. Wasserfiltration. Religiöser Fokus. Verhütungsverbot. Machen wir mal das. Ich glaube aktuell können wir damit leben. Äh. Mehr Leute zu bekommen. Ähm. Das macht jetzt noch nicht so den schwierigen Eindruck. Machen wir da mal noch eine Fischerhütte hin. So. Dann müssen wir zusehen. Geht auch nicht. Materialveredelung. Steinraffinerie und Bildung. Okay. Okay. Bunker. Bunker. Vorratsbildung. So. Farmen. 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 Dann greifen. Dann greifen wir den Leuten weiter und die Arme. Okay. Das ist schon voll. Hier fehlen ein paar Steine. Für den Wachtturm. Für den Wachtturm. Hier fehlen auch wieder ein paar Steine. Für den Brunnen. Wachtturm. Na komm. Ah. Passt schon. Okay. Ähm. Hier ist fertig. Brunnen. Oder Wachtturm. Wir machen mal einen Wachtturm. Oh Gott. Hat sich das Mammut erschreckt. Da. 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 Wachtturme werden bald besetzt. Okay. Hier wird schon gearbeitet. Dann gehen wir immer dran. So. So, diese Farm dauert noch ein bisschen. Na. Mehr Steine. Da, tata. So, gut. Wachtürme können wir besetzen. Machen wir auch. Zack, zack. Nehmen wir mal einen Siedler rein. So. Jetzt noch ein Einsiedler. Perfekt. Brunnen fertig ist okay. Hier im Wald. Wir platzieren erstmal dicht dahin. Es ist eh Winter. Von daher müsst ihr jetzt noch nicht auf den Feldern arbeiten. Hier nehmen wir Leute ohne Spezialisierung. Tierart wählen. Mittelgroße. Wir machen natürlich eine Feier. Und ich glaube, wir können noch ein paar Leute gleich verkuppeln. So. Das sind noch ein paar. Blau. Einen blauen. Wo war der da? Wo war der da? Flamme. Gut. Genug verkuppelt. Gucken wir mal. Gibt es hier schon Pflanzen? Nahrung? Nein. Ähm. Wie sieht es hier aus? Wird langsam wieder positiv. Dann heile ich einfach mal noch ein paar Leute. Oh. Eine Steinhütte. Moment. Ich kann euch helfen. Passt auf. Ich hole einen Stein. Und fack ihn da hin. So. Damit. Damit. Sollte ich noch ein bisschen mehr Beliebtheit gewonnen haben. Steine. Ups. Ah. Ich hoffe, der Stein ist nirgendwo drauf gefallen. So. Das. Hier ist noch ein Stein. Nötig. Na komm. So. Mehr Wohnraum. Und dann beenden wir mal diese Folge hier. Tschüss. Ciao. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal.